Was geht ab bei euch auf der Erde, TeraFox hier gesendet von der Erde und herzlich willkommen zu einem neuen Fan-Game Let's Play. Diesmal spielen wir das Sony-Fan-Game, Soho Necro-Best 2 Multiplayer auf dem Reverb-Battle-Server. Der Server ist nicht ganz voll, aber hat schon eine Menge Ridspieler. Und wir spielen, yes, diesmal... Iget, äh, Omelette, äh, keine Ahnung. Mädchen-Version von Dr. Robotnik. Und wir können hier so Sentry-Dolls entstelle, äh, Tapes-Dolls. Die füßen hier wie Sentry-Guns. Die können schießen und so. Gerade eben sieht man, dass die jetzt auch auf dem Gegner schießen. Und dann ein Jetpack. Man kann hier mit dem Jetpack herumfliegen. Und noch eine dritte Fähigkeit. Man kann mit einem Jetpack sogar Leute angreifen. Aber das ist ein bisschen schwierig. Man muss ja genau auf die drauf landen. Aber wir versuchen zum Beispiel, wir haben mal der Flange... äh... Dieb hinterher. Aufsammeln, Flange aufsammeln, Flange aufsammeln. Okay. Sie ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot. Ja, okay. Na, die dritte Fähigkeit ist noch so. Amy-Bomben. Sie können... Sie können in der EU-Germin getroffen. Sie können nämlich, wenn man in der Luft ist und dann... die Gegner verfolgen und dann an die Gegner ran haften und dann zum letzten Ende explodieren. Oh, da... Ich glaube, es liegt an der Aufnahme, warum es jetzt nicht so richtig funktioniert. Ich fördere das mal an. Ich meine, die Tailstall treffen nichts, ey. Normalerweise treffen die Gegner und so weiter und so fort. Wenn ich sie dann neben der Flagge aufstelle... Und die alle die Flagge haben will, muss jetzt mal meine Tailstall vorbei. Die schießen sogar, aber die treffen nicht. Oh, man! Letzter Platz. Ja, fliegen wir noch alle Ringe, damit ich keine Tailstalls und... Okay. Ich setze jetzt meine Tailstall direkt an der Gegnerischen Base, aber ich will niemanden. Nein! Ah, Elektroschild wäre gut gebrauchen. So... Jetzt weiß ich nicht genau, wohin. Ah, ich will hier hochkommen, maaaannnnn. Oh man! Sooo... Tellstoy direkt in der Fl... Oh, das ist unsere Base. Egal. Oh, und wir haben sogar einen Treffer mit dem Tellstoy erlitten. Oh, noch einen Treffer erlitten. Jetzt läuft's! Jetzt läuft's! Nein, das Wasser! Oh, schöner Schild! Oh! Es ist schon spät. Ich werde müde. Man sieht's wahrscheinlich an. So, dann stelle ich in die Gegner vielleicht eine Tailstoy hin. Die nervt Gewalt, damit sie dann generell dich nervt. Und der Tailstoy ist wohl jetzt zerstört. Oh! Okay, mit der Av-Bombe. Ja, Silver kann die mit seinen kinetischen Fähigkeiten aufheben. Äh, aufheben. Jetzt die Tailstoy. So kann sie dann mit dem Laufen. Keine Ahnung, was er noch machen kann mit meinem Tailstoy. Wie man sehen kann hier. Oh! Schön. Schöne Aufnahme. Ah! Was war denn das jetzt gerade eben? Ich habe meinen eigenen Tailstoy bewirrt und deswegen bekomme ich einen Hit? Unglaublich, ey. Oh, der Mötow ist, ähm, äh, Hilt-Therkin-Spindash. Das fehlt. Und der Tailstoy ist schon von mir zerstört worden. Und ich laufe direkt hier hinein. Ich verbrauche eine Menge Ringe, muss ich hinzugeben. Das ist nicht. Hm, was will er damit sagen? Wahrscheinlich kannst du herrischer Ausdruck haben. Scheiße, ey. Wir waren da mit der Flaggenbügel drin und erhobert. Okay. Noch ein Treffer. 800 Punkte, ich weiß nicht mehr, letzter Platz. Der Anfang war sehr schwierig. Ja, verlieren wir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Wow. 15 Spieler auf dem Server. Okay, eine Runde mache ich noch. Hit it baby, one more time. Okay, wir sind jetzt rot. 3, 2, 1, 2, 1. So, wo ist die Flagge? Ach, da der links ist die. Ah, ich bin mal hier in der Testo-Lin. Oh, bevor ich die aufgeschaut habe, ist die schon da, die Gegner. Scheiße. Scheiße. Chatpackern. Falsch bedient. Boah. Boah, das ist ja vollständig. Wie viel Dähl ist hier im Hintergrund. Laut. Schau dir mal an, ey. Schlitzag. Das ist echt nicht drauf! Ich habe noch was zu halten. Ich bin nicht nur reingerannt. Ich bin nicht nur reingerannt in die Massenstöckerei. Ah, jetzt nimmt der Silver meine Zeltzoll mit. Oh, das ist schon lange. Oh, das ist schon lange. Das liegt gut, aber... Boah! Melissony hat mich mit seinem Blinden-Energie-Blaster erwischt. Wieso der Wobles-Warmuch ist nicht schlecht? Oh! 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 Komm! Komm! Aaaaaaah Ich bin wirklich schwer Oh! Kiel Ah, irgendwo konnte er ja nicht ablegen. Na, die gegnerische Besse Zeltvoll-Foss ist gleich schon ein bisschen unfair. Oh, da war ein Treffer, da war ein Treffer. Naaay, die Bombe. Oh, wo die Flagge zurückgebracht. Die Flagge zurückgebracht. Ah, die Silver hat sich mal Tessl ausgeliehen. tiene Grund 예쁘ig zu reifeln. Oh, da war ein Flagge! Oh man, die Flagge! Zähne bitte nicht. Oh, oh man Victory... Oh, es hat ein Moor. Ja, wird schon abgelegt. Ah! CNT Explosion. Boah, ich muss noch irgendwie ablegen, bevor ich jetzt die Flagge habe. Oh, das ist hier wieder voll. Gefährlich ist es auch. Okay, die Flagge wurde eingesammelt. Schauen wir mal, das war... Oh, das war der Tailstall. Ach, fein. Okay. Ich bin müde. Ich gehe schlafen. Und euch vielen Dank für's Zusehen. Bleibt gesund wie immer. Und jetzt geht man da Moor. Das ist wieder ein schöner Bug. Man kann nicht die Karte auswählen. Oder man muss das jetzt unsichtbar auswählen. Ja. Danke für's Zusehen. Bleibt gesund wie immer. Und jetzt geht man Daumen für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschau.